hallo meine lieben freundliches gepflegten ls-90 wir kommen hier zurück bei einer weiteren folge auf der erdkarte mit dem floria ein wunderschön ich komme auch schon staub sehen wir die hüttel wir langsam tut die 40 41 42 da wird sich hier wird sich topgeschwindigkeit erreicht reisegeschwindigkeit erreicht sie können sich jetzt zurück wenn ich jetzt den flug sechs rei auf woher war das klaus was mit dem schüttel oder mit der laterne und da ist es in der schlechte erinnerung die stein befassen wenn wir mal beide schlechte ja okay so ein guter bleibt sich aus Schau, ich bin kein Audi, 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 kein Audi. Es war jetzt kommt, aber geht. Wieder ein Audi. Eieiei, genau noch ein weißer. Den kennen wir doch. Blume! Blume? Blume! Blume! Oh, da kommt noch ein Ruder. VW oder was? Ja, du hast schon ausbremst. Hm? Fast. Einmal, was? Da sind die 3 1 Artigutta wie. Also, ich kann es gut ausbauen, dass schon ein bisschen Abstand habe, dann kann ich schon ranfahren und dann bist du gleich voll und dann kann ich gleich ohne dass sie wieder anfangen muss auftagen. da kommt ne Laterne hab ich schon gesteht ich hab alles da in den Rübersgang nie geschlopft ich hab mir schon so gedacht soll ich vom Gas gehen? Ne wir halten drauf so wie es muss so geht passt da haben wir so 166.000 Liter drin ja paar mal können wir noch oben fahren eh jo war ein Straf drüben war super raus ok wieder auf Touren gehen wir ich schau nochmal die fertig ist wo es was ist nicht das sei um um er wird dann mehr vorbeugt die Oberfläche nun ist es um sie müssen bringen keine Ahnung was zu tun und bei mir und dann auf um weil es bis auf seine Tour oder hier ist jetzt geht es ab man will noch hätte drauf fünf Stunden sind und er wurde zu heute zu sehen der rechte Kolder der Nürnberg der Kumpel von der Vf er schießt die sind es zu sein und die mit Pfeiler und jede menge Schilder das ob du vom Gas gar nicht bist wie sie nur ich lass ihn da mal durchrollen nee ich halte aber voll drauf das ist wieder der weiße, das ist genau der gleiche Pack wie vorhin ok jetzt kommt keiner gut kommt von der anderen Seite einer ja ja das geht auch weil ich fahre auch genau da rüber nee ist auch frei so ist klar ich kippe fast schon drauf ja fast ich war ganz lang da alt oh 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 komm ich bin wieder ganz langsam rein ganz langsam push ich mich her ich bin ganz langsam ich bin ganz langsam so ist mir wieder umfällig vor unten rum ja der Steier ist zwar so wie das Asche steht eher unten schon mal er hat 2 km auch in der Kugel verloren Ich 1 Ja, da hast du 2, fällt halt immer zurück Jetzt bin ich 3 zurückgefallen Soll ich oder du? Mir wurscht Ja, fahr du Dann stelle ich mich hier wieder hin Ich bin der nächste Mal Kommt da ja gell Ist sie fertig oder? Wider Nein, er hat doch das fertig Schaut auf jeden Fall nach Hause Ich doch nicht Ich muss aber da was finden wahrscheinlich Ich werde euch euch ausbauen, also 99% und 99% Hatte das wohl oder nicht gemacht? Nein, da hat es halt Noch mal wieder an Kann ich die 12 pro Tisch abschließen? Äh, die 11 Warum? Weil der Weg gerade beim Düngen war und dann sowieso auch schon fertig ist Oder sein sollte Nee, kann ich nicht Wie viel Prozent? Das ist ja ganz oben noch Eck Ah, okay Ich hätte gedacht, dass oben ein Ege wahrscheinlich wieder fehlt Ganz oben fehlt der Teil Also ganz am Wasser Mhm, ja, das ist so ein Spiel zwischen dem Horei-Line-Kinder Ja Ja Ah, ja Ja Das kommt wahrscheinlich so ein Prozent oder so aus Woher rein sagt Nee Sehe ich nicht ein Ich habe ein bisschen mehr so ein Prozent Ja Okay, es hat dann noch eine gute Strophe Ja, es hat dann noch eine gute Strophe Jetzt hat es sie Ja So Älf Abschließen wo schicken wir dich denn dann hin? 8, 9, 10 gibt es da irgendwas? die 9 gibt es und jetzt fangen wir zu 9 glaubt ihr die beiden zwei kleine Steir haben jetzt genau die gleichen Stunden 43,3 und der andere auch 43,3 3 deine kämpft gerade der kleiner neuer freilenden aufgelt dann habe ich beide zwei große Zweig mittlerer und zwei ganz kleine n und bürger und wir an neuen kleinen der Stiftung ja wir sind echt gut aufgestritten muss ich echt gut allein jeder von uns hat schon 3 sprich wir haben schon 6 7, 8 Brüder gesagt mal mhm der Brecher jeder davon ist immer hat irgendeine Arbeit und ist immer Einsatz ja schon krass so der steht rum schauts da aus ja es geht nur wie der ist wahrscheinlich alle genannt im Zaun also ich möchte hier los alle ich will schaue irgendwie ich ziehe den mal eine Panik ich glaube Mon ól hundred e-40-2-40-3erver n sowas also im steuer die übergabend e-mail ok um nun muss man schluss mit dem zudem mehr kommen mit der städtischen bussen außer im markt nicht weil der marktprinze ist mal gucken was er jetzt sagt das weiß er dabei der haute braucht nur nachzupfen roth da ist sondern einfach zu kommen ich bin gleich amt ich bin gleich amt ich bin gleich amt ich bin gleich amt welcher das nächste in diesem Fall wer kann man auf der Straße anhalten Nein, der dreht dann da Aber hier Jetzt für Gerüben tut es voll Gib Stoff Nein, nein Mann, ich diesen Scheiße Oh, er ist der eine Wow Hat sich richtig gelaufen So, dann können wir da vorne dann gleich rumtanken Und wir wollen auch machen Und wir wollen auch machen Jetzt marschiert der kleine Steyr von dir Also der mittlere inzwischen von dir Aber Ja, ja, der ist warm Und das Fingst du das? 50er auf dem Tag Der auf Jetzt muss ich ihn drosseln wegen der Kurve So, was haben wir denn noch alles Was in der Nähe ist Die 10 vielleicht Die 9 Die 10 Die 10 ist am ernten Ist ein Säuerbundra Okay Äh Das sind gar nicht mehr so viele Dünge müssen Die haben wir schon alle weg Krass los 17, 9 Die 9 ist gerade dabei Dann haben wir noch 17, 13, 21 und 6 Die 13 Ja Die 21 Die kann man bedüngen und die 6 Die ist da Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich vor dem Oh scheiße, das wird bei scheiße eng Mami Wie war denn? Ui da Mami Ja, 87, ok Ich hab gerade noch mal einen Kreisverkehr links rum überholt Und wir grad einen Berg hoch und der ist dann noch gefahren Da ist von vorne schon einer gekommen Und ich schmeiß mich dann auch so dermaßen zwischendurch Oha Vielleicht 17 ist für dich Ok Ja, hab ich schon gesehen, dann bin ich gerade dahin Äh, was waren die 17er? Ah, das war Düngen Gülle, ja Ja Äh Da ist er Stopp Nicht weiter machen Du kannst jetzt erstmal die abschliessen Ja Und da fahren wir jetzt nicht zu 13 Wollen wir aufzahlen Wir haben jetzt ab 4444 Euro, ne? Weil ihr dann Steyr marschiert echt Digst du das? Ohne 50 Euro, ne? Man steht chiptuned Nein Okay Dann nehmen wir da mal so ab Dann nehmen wir da mal so ab Hat von Haus aus gute Leistung Ja Bist du voll Flo? Ja, ich bin voll grad Aber mit kleiner Steuern ist jetzt glaube ich so gut wie Lazy Also wir können wieder voll Ja, ich bin voll grad Aber mit kleiner Steuern ist jetzt glaube ich so gut wie Lazy 몰라 Ich kenne den Ja今天 gesetzt mal so an Bei weil das macht eigentlich mehr Sinn mit der Linksbahn machen so der andere gute Stück und weiter ich bin noch drin, ne, bestätig ne Momentan nicht Alter, ich bin grad ne, und überlade gerade fair, oder? Das ist gut Das ist top Das ist top Mh Ich steh jetzt noch Nein! Aus! Böse! Nein! Also bitte dran Null abschließen Oh, nee, die Jungs Gut Der Der Das war's. Da hat man gelesen, dass das passt. So, wir sind auch wieder da. Aber momentan, keine Aufträge für dich. So. So, viel Spaß. Da habe ich noch mit 1 voll. Komm. Interessant, interessant. Steig ein in deine Eier, wir können Gülle holen. Steyr. Äh, Steyr. Ja, du, ich kann das... Probier's schon... Ja, warte, ich hab gleich... ...treffen wir uns vorhin. Ich hab mir ganz gut noch Zucker rückt. Mhm. Weil der ist noch wieder weg aus. Dann habe ich auch schon gespottet, dass der sagt, Oh, ich bin voll... Aber der hat auch schon wieder fast die Hälfte. Ja, dann können wir ein Ding auch noch in der Zeit machen. Bis zu 22 schafft es der noch. Ja. Ja. Würde ich schon aushauen. Aber liebe Leute, wir sind trotzdem auch mit der heutigen Folge schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abunderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und eine Koste, aber kein Cent unten. Den roten Knopf Grafen entfernt, wenn ich die Tarn-Glocke aktivieren würde ich nicht, dann verpassen wir das noch von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Eingart. Immer das neue Snipe in die Zitter zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut. Haut rein. Und tschau tschau. 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 Tschau.